In diesem Video zeige ich dir, wie ich diese Zeitrafferaufnahme gemacht habe, und zwar mit einem Fotoapparat und dann in Pinnacle Studio bearbeitet. Diese Zeitrafferaufnahme habe ich mit meiner Spiegelreflexkamera gemacht, mit meinem Fotoapparat, und zwar habe ich alle zwei Sekunden ein Foto geschossen. Damit das sehr gut funktioniert, habe ich eine App installiert, die DSLR-Controller-App, die jetzt auch auf meinem Smartphone läuft, um diese Aufnahme zu machen. Und zwar habe ich hier einfach die Möglichkeit, mit dieser App die Kamera komplett manuell sehr einfach einzustellen. Also ich kann hier ISO-Anzahl, Blende, Verschlusszeit und so weiter einstellen, ohne dass ich das an der Kamera manipulieren muss. Zudem kann ich mit der App auch sogenannte Zeitintervalle aufnehmen. Also ich kann der Kamera sagen, mach mir ein Foto alle zwei Sekunden für zum Beispiel 250 Aufnahmen. Und ich kann dann alle diese Einstellungen hier auf dem Smartphone vornehmen, ohne dass ich die Kamera selber berühren muss. Das Smartphone habe ich mit der Kamera dann über ein USB-Kabel verbunden. So, und dann habe ich die Aufnahme aufgestellt. Ich habe da ein Fünfzigstel Verschlusszeit genommen. Zum Fotografieren vielleicht nicht so optimal, aber wenn man dann später einen Film machen möchte, sehr empfehlenswert, weil bei einem Fünfzigstel, wenn sich etwas bewegt, gibt es so kleine unschärfen Bewegungen. Also wenn ein Auto vorbeifährt, ein Vogel, ein Schiff und so weiter, dann gibt es ganz kleine Bewegungsunschärfen. Und das macht es für den Film viel interessanter. Dann habe ich einfach noch die ISO-Zahl und die Blende entsprechend eingestellt, damit die Szene korrekt belichtet ist. So, dann habe ich das Ganze gestartet eben über diese App und habe dann eine Viertelstunde gewartet und so diese Aufnahmen gemacht. Wenn dann alle Fotos im Kasten sind, werde ich jetzt zeigen, wie ich das in Pinnacle Studio zu einer Filmsequenz zusammengesetzt habe. In Pinnacle Studio habe ich jetzt alle Einzelbilder importiert. Das geht sehr einfach mit der Maus von der Festplatte hier hineinziehen. Ich habe hier ein neues leeres Projekt und jetzt diese einzelnen Bilder hier in der Bibliothek. Das sind doch einige und ich werde jetzt dann mal das erste anklicken, die Hochstelltaste drücken und dann das letzte Bild und diese alle zusammen da auf die Timeline legen. Je nachdem, wie schnell ihr PC ist, kann das ein wenig dauern. Bei mir dauert das halt einfach, weil es sehr große Einzelbilder sind. Jetzt hat jedes dieser Bilder eine Länge von drei Sekunden. Das wäre natürlich viel zu lange. Also das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte nämlich, dass jedes dieser Einzelbilder genau ein Bild lang ist. Also ich 25 einzelne Bilder brauche für eine Sekunde. Das kann ich sehr einfach ändern. Es sind noch alle ausgewählt. Mit der rechten Maustaste klicke ich auf Dauer einstellen. Dann wähle ich hier nicht drei Sekunden, sondern 0, 0, 0, 1. Das heißt, jedes Bild ist ein Bild lang. Das verkürzt mir die ganze Sequenz auf ca. 10 bis 10,5 Sekunden. Das ist dann die ganze Dauer. So und jetzt habe ich hier noch das Problem, dass ich links und rechts schwarze Ränder habe. Dann klicke ich mit der rechten Maustaste, skaliere und dann füllen. Das füllt mir dann den ganzen Bildschirm aus. Grundsätzlich bin ich jetzt fertig mit der Zeitrafferaufnahme. Wenn ich jetzt allerdings Veränderungen an den Fotos vornehmen möchte, wie Farbkorrekturen, Helligkeit oder allenfalls das Bild etwas drehen, weil die Kamera schräg aufgestellt wurde, dann ist das relativ mühsam so zu machen, denn ich müsste auf jedes einzelne Bild einen Effekt anlegen. Ich zeige jetzt, wie ich das anders machen würde. Und zwar speichere ich dieses Projekt einmal auf der Festplatte und erstelle ein neues, leeres Projekt. Und jetzt werde ich das soeben erstellte Projekt aus der Bibliothek auf die Timeline herunterziehen. Da ist dieses Projekt. Gehe ich wieder auf Editieren und ziehe dieses Projekt auf die Timeline. Das hat nämlich den Vorteil, dass meine ganze Zeitrafferaufnahme jetzt aus einem Clip besteht. Also ich habe hier wirklich einen Clip, den ich verschieben kann und auf den ich jetzt Effekte anwenden kann. Also es ist viel einfacher, wie wenn ich jedes einzelne Bild da bearbeiten müsste. So, jetzt kann ich das Video einfach noch exportieren und schon bin ich fertig mit meiner Zeitrafferaufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann klick doch auf den Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, damit du keines meiner Videos verpasst. Ich freue mich auch über Feedback in den Kommentaren. Wie hat dir das Video gefallen? Oder hast du vielleicht selber eine Idee für ein weiteres Tutorial, das ich machen soll? Dann schreibt das auch in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Willkommen zu einem weiteren Video-Tutorial. Wenn Ihnen dies gefällt, dann liken Sie es über den Daumen nach oben, indem Sie hier klicken. Und wenn Sie keines meiner Videos verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal über diesen Button. Wenn Sie sich wundern, wie das funktioniert, dann zeige ich Ihnen gerne in dieser Anleitung, wie ich das gemacht habe.